so liebe leute willkommen bei weiteren dinge da draußen und es wird um zwei dinge wahrscheinlich gehen möglicherweise um drei dinge und das erste ding ist ja wohl bekanntes und da macht es wahrscheinlich wenig sinn dass ich sage ja das ist der löwenzahn und löwenzahn kann man essen das sind alles so dinge die was man weiß also ja stimmt löwenzahn kann man essen aber man muss dennoch aufpassen gerade kinder wenn man zu davon isst dann ist sehr hantreibend und die säfte die was uns erwachsenen also als milchsaft führende pflanze die säfte die was uns erwachsenen eher die haut maximal wenn es lang drauf ist braun macht das was schwer runter geht erkennen für kinder tatsächlich reizen sein mir geht es eher darum dass wir vielleicht noch mal ein bisschen blütenwiederholung machen aber es gibt ja verschiedene gestaltende blüten also es gibt zungenblüten es gibt röhrenblüten löwenzahn zum beispiel besteht nur aus zungenblüten und dieser blütenstand ist eine korbblüte und eine korbblüte ist ein zusammengesetzter blütenstand nämlich das ist so gesehen nicht eine blüte sondern das sind mehrere hundert blüten in dem fall sind sicher über 100 blüten und jede einzelne dieser blüten hat alles was bei einer pflanze die was wirklich nur eine blüte hat vorhanden sein muss dass man sammeln ausbilden kann dass man sich praktisch blüte schimpfen darf und ich werde da jetzt hoffen dass das mit dem zoom diesmal besser funktioniert schaut sie haben uns da mal was extrahiert dies da ist ebenso einzelne zungenblüte der namen zungenblüte kommt daher also das was man das was als das gelb wahrnehmen ist eben die zunge und so wieder scharf werden dies da dieses kleine weiße bereichlein dies ist das was zusammen wird diese bärtchen da das ist der pappus das ist was beim löwenzahn nachher sein flugschirm werden wird und dann sehen wir da also da ist die zunge und da steht was nach oben raus das ist als erst hellgelb und dann wird es dunkel orange und das sind in echt zwei bereiche weil ihr wisst ja wir brauchen eigentlich das ist diese einzelne blüte ist eine zwittrige blüte das heißt männer und frauen sind miteinander vorhanden nur die männer also der pollenteil ist innerhalb von diesem hellgelben röhrchen also dort drinnen also das ist praktisch ein schlauch unter anführungszeichen und in diesem schlauch an der schlauchwand sind die pollen die was abgeben werden und der damenteil also der stempel schiebt sie durch diesen schlauch durch das wachstum durch den schlauch raus schiebt in diesem wachstum die pollen nach außen aus dieser röhre um dann sie selbst zur narbe aufzuspleißeln das sehen wir hoffentlich bei diesem exemplar mal schauen wie das macht dass ihr das sechst sechst ist da ist diese narbe hat sich da schon aufgeringelt also als erst kommt es aus geschlossenes das stabal raus schiebt sie durch diese pollen röhre und noch ein geht die narbe auf diesem großen exemplar sehen wir praktisch in der mitte da sind die narben nur geschlossen und wenn wir da auf dem randbereich schauen da sind diese narben schon alle in aufgespleißelt also da hat man nämlich den randbereich wie seht ihr das also da die sind nun geschlossen da sieht man aber tatsächlich dass auf diese narbenäste die pollen drauf sind und da da auf dem bereich sieht man dass diese stabel auf einmal ziemlich kurz sind das hat aber nur damit zu tun dass sie sich aufgespleißelt haben so dass diese narben dann empfänglich sind für pollen so und jetzt kommt eine tolle besonderheit vom löwenzähne auch wenn es jetzt alles so kompliziert macht die meisten löwenzähne sind nicht auf bestäubung angewiesen dass befruchtung stattfinden kann da habe ich mal ein großes video gemacht das wird mir jetzt zu lang das wiederhole nicht wieder alles aber nur so viel die meisten löwenzähne sind apomiktisch das heißt sie sind der befruchtung fähig ohne dass zur bestäubung kommt da gibt es dann auch wieder verschiedene konzepte es gibt es gibt es gibt pseudogamie also wo schon ein pollen ankommen muss dass dann irgendwie befruchtung passieren kann nur diese pollen übertragt kein genetisches material das wäre pseudogamie bei der agama spermie was der löwenzähne machen kann muss nicht einmal ein pollen ankommen dass es losgeht dass er samen gebildet wird hat man experimentiert hat man ein löwenzähne alles weggeschnitten was eigentlich notwendig ist wo haben wir denn das liegen gehabt habe ich das jetzt habe ich nicht da was notwendig ist dass da unten der fruchtknoten befruchtet wird also es ist praktisch alles weggeschnitten worden was jetzt der damenteil und herrenteil ist so dass praktisch keine narbe gibt und wo keine narbe ist kann natürlich dann auch keine pollen ankommen und wo keine pollen ankommt kann kein pollen schlauch abgewachsen zur befruchtung und dennoch hat sie unten der samen entwickelt wenn sowas so passiert dann ist es ganz klar dass dieser samen der was sie entwickelt ein klon ist von der grundpflanze weil es ja keine genetische vermischung geben hat also der löwenzahn klont sich selbst immer weiter und immer weiter und immer weiter wenn sie jetzt aber wer fragt ja wenn sie die ja immer nur klont kommt es da nicht zur inzucht depression oder solche sachen wenn die es jetzt genau interessiert eben da oben schauen bei diesem großen video da habe ich das erklärt also tolle sache bei diesen zungenblüten das könnt ihr euch einmal anschauen alles drauf was man braucht dass man sich blüte nehmen darf und besonders schön beim löwenzahn gut beobachtbar das ist das eine punkt der blüten das zweite von diesen drei dingen da draußen seht ihr diese erdhaufen da das jetzt aber nur am rande haben dies wird ganz oft sehen und ich habe das ja früher ganz oft habe mir doch nicht da schauen wie man können ziemlich große haufen auswerfen das sind keine regenwurm haufen sondern das sind zu hause höhlen vor irgendwelche erdbienen schaut sie mal wie wie kunstvoll das desto ist da sieht man sich umeinander krabseln schaut da ist eine unterwegs vielleicht da ist zum wieder eine da und wo krabst du denn da hin das wäre jetzt natürlich super wenn die in ein loch reingrabselt ja da muss ich jetzt denn nicht erwischen also wenn sie auf einer trockenen wiese unterwegs ist oder in einem sandigen bereich wird es ganz oft solche haufen finden und wird sich denken ja wieso fliegen so viele bienchen umeinander hat damit zu tun dass das die zu hause höhlen von erdbienen sind aber eigentlich geht es mir darum ich möchte noch ein zweites blühendes spektakel herzeigen unsere aahorne dies da ist eben der spitze aahorn und der spitze aahorn ist jener der was als erstes blüht und am meisten auffällt weil da sind jetzt praktisch alles was da so hellgrün erzeugt da sind die blüten die blätter kommen zwar jetzt schon langsam da noch aber als erstes ist das blühtbild zum sehen der berger hauen habe ich da hinten hätte sogar einen aber der schlaft noch und auch der felder hauen da tut sich noch nichts also der spitze aahorn ist der erste der was anfängt vielleicht gleich dazu dazu hat der spitze aahorn gleicht sich so gesehen mit dem löwenzahn der spitze aahorn ist milchsaft führend da fehlt ein hauen übrigens auch der berger hauen dafür nicht also sieht man das wenn man nochmal zum wenn man das da abreißt also da kommt sofort milchsaft raus obwohl also milch milchsaft führend ist sind die blüten gut essbar aber auf das will ich gar nicht aussehen nämlich voll interessant und ich habe da jetzt echt ein neustell gesucht und ich habe da jetzt keine einzige blüten traube gefunden wo weibliche blüten oder zwittrige blüten drinnen sind und da gibt es eine große geschichte dazu ich brauche uns da jetzt noch mal eins dass man sich das vielleicht genauer anschauen können setzen wir sie da noch mal her schauen wir ob es zum wie es das macht so ich möchte da halt jetzt selber ein bisschen schauen und experimentieren gehen auf der homepage wird es wahrscheinlich fotos geben weiß ich jetzt gar nicht wo man die weiblichen blüten auch sieht es ist beim spitzerhorn beziehungsweise bei alle ahorne so und dass es ganz oft zwittrige blüten gibt beziehungsweise zwittrig erscheinende blüten die haben dann in der mitte im damen teil und dann so wie es da ist rundherum den herrnteil das erscheint in der regel nur zwittrig weil eins für die zwei dann funktioniert nur funktioniert also das ist funktionell eingeschränkt entweder die staubbeutel produzieren kann poln den was man brauchen kann oder die dame ist nicht empfängnisfähig aber man es visuell wahrnehmen kommt da sehen wir jetzt nur männliche teile also da ist keine dame angelegt und es gibt mittlerweile wahrscheinlich spitzerhorn exemplare die was nur angeschlecht drohen also der spitzerhorn wandelt sie von einer zwittrigen zwar zwittrigen zu einer häusig getrennt geschlechtlichen gibt es jetzt mittlerweile praktisch auch schon das blüten gibt wo frauen sind und blüten gibt wo männer sind zu möglicherweise das weiß man noch nicht genau wo es hingeht möglicherweise zur zwei häusigkeit also das heißt es schaut so aus wie man sich der spitzerhorn so entwickeln würde und das machen die anderen ahorne gehen in diese richtung das weggehen von der insekten befruchtung also drum da sind nur ein haufer insekten unterwegs weil zwittrige blüten und die sind in der regel auf insekten befruchtung und bestäubung angewiesen hin zur windbefruchtung also zu zwei häusigkeit wo es dann mann und frau verschiedene gibt und die nicht mehr auf insekten angewiesen sind sondern der wind den pollen vertreibt und dann auf ein anderes haus dort kommt und dann die befruchtung basiert und das finde ich eben voll interessant weil man evolution im gange beobachten können wie gesagt mir wurmt das jetzt ein bisschen aber die natur die ist halt ein hund bin mir sicher ich kann euch das nur nachreichen dass man dann irgendwo a weibliche blüten beziehungsweise zwitterige blüten herzahlen können nur so viel dazu kann man sich anschauen also ganz klar wenn solche blüten seht wo in der mitten nix ist wo flaches teller ist und nur rundherum die staubfäden mit dem staubbeutel stehen das ist dann eine rein männliche blüte die weiblichen blüten fallen total auf weil die haben in der mitte praktisch so gespaltene narbe wo man schon anhand von dieser narbe sieht wie nachher diese geflügelte frucht ausschauen wird also das kann man eigentlich ganz gut beobachten ja also esbohr milchsaft führend nicht schrecken ich finde der spitze horn mit meinem geschmacks erleben der der gefälligste wenn man es schon essen möchte in smoothies rein und so ich mache das dann doch doch immer wieder mal ganz gern dass ich sowas ausprobieren kann man machen gut ich hoffe da hat man mit dem gestotterer jetzt irgendwas verstanden wir sehen sie beim nächsten mal ich glaube das nächste mal wird möglicherweise ich tease es einmal an ich bin eigentlich gerade gar nicht so freudig mit den videos weil es mich zum computer zieht ich habe begonnen dass die pflanzenvielfalt also das lexikon die website ist ja eigentlich mein hauptanliegen und die habe ich damals über ein baukastensystem gemacht und jetzt habe ich mir gedacht passt ja lerne wordpress und da bin ich gerade dabei und schon langsam verstehe ich es und werde die homepage neu umsetzen weil ich es eben dann selber in meiner hand habe weil ich es schneller machen kann weil es ja gibt einige gründe dafür und vielleicht mache ich da so wie ich es schon bei der ersten version gemacht habe also ein bisschen ein making of dass man einmal ein bisschen sieht wenn man so eine website ansurft die sind ja nicht nur da sondern da muss auch was gemacht werden dass das da ist und da werde ich vielleicht ein bisschen einen einblick geben ja das wird nicht scharf da ist das ist manchmal funktioniert das eins auch und dann funktioniert es wieder vollgriff ins klo aber ja keine ahnung aber ja wie wisst ihr ja ist schon recht gut dann bis zum nächsten mal für dich so schaut es natürlich habe ich die suche nicht aufgeben und es scheint wirklich so dass diese zwei häusigkeit schon fast komplett ist weil wann dann finde ich exemplare die was entweder viele männer haben oder zuerst habe ich eine gefunden wo ich eine damenblüte gefunden habe beziehungsweise da habe ich jetzt ein exemplar gefunden wo wieder fast nur damenblüten sind und ich hoffe man sieht es jetzt schauen wir das ist noch größer seht es also da in der mitte ist eben dieser diskus nicht irgendwie jetzt blank sondern da steht die damennarbe raus man sieht das glaube ich ganz gut da auch da ist die damennarbe zum sehen und in der mitte wo bin ich denn da jetzt und in der mitte dieser fruchtknoten seht ihr das da sind links und rechts schon diese flügel erkennbar das was auch diese geflügelte frucht wird was unsere ahorne haben auch da wieder die damen in der mitte gut zu sehen also es ist echt ein tolles spektakel und das ist was wo man auf beobachtungstour gehen kann dass man ja so wie ich jetzt ich habe da jetzt echt lange gebraucht dass ich einen damenbaum gefunden habe wobei wie gesagt das ist eigentlich nicht vollständig abgeschlossen also ihr könnt auch das glück haben dass auf einem baum alles leicht zu finden und gut vertreten ist aber ja ich habe da jetzt echt lange gesucht aber letztlich habe ich es dann doch noch herzeigen können gut und jetzt wirklich da sieht man das schön schaut da sieht man die nabe die gespleißelte und links und rechts schon diese flügelchen aber jetzt ist recht passt bis zum nächsten mal nochmal scharf stehen Baba